hallo hier ist der martin von money monkey ist dass die dax analyse finden und freitag den 16 12 2022 und damit den großen verfallstag im dax wir haben diese woche jetzt die fed schon hinter uns wir haben die zb sitzung hinter uns und unser dax der ist jetzt ja muss man schon frage stellen ob sie mir noch gut geht der ist jetzt richtig weggetaucht und hier dezent versunken wir hatten gestern darüber gesprochen dass unser dax ja an sich noch grundsätzlich im pullback steckt hatten aber ja oder ich hatte mich dann schon ein bisschen schwierig auch schwerer getan euch ein bisschen zu erläutern dass das eben die technische perspektive ist also die machen ja eine technische marktanalyse dass das aber zum dax selbst für einen donnerstag so eben nicht gepasst hätte deswegen habe ich versucht irgendwie verständlich zu erklären dass die technische route wie sie in einem lehrbuch steht oder wie man sie bei einer zertifizierung oder sonst wo lernen würde vorgesehen hätte dass er sich einfach von hier wieder hoch stößt und hoch dreht und habe ich aber erzählt dass er im wahrscheinlicheren falle er aber noch mal richtig unten raus schlägt hatten gesagt das kann bis 270 gehen das kann aber auch tiefer gehen bis sogar 15 40 14 50 hat man gesagt ja wichtig war dass man guckt wie reagierte unten machte grüne stundenkerzen und so weiter und so fort um sich aufzudrehen und da wird es jetzt ein bisschen fies weil das hat er tatsächlich gemacht er hätte genau er hat er eigentlich genau das gemacht was ich haben wollte er hat bei 14 270 grüne stundenkerze gezogen er hat bei 14 50 und eine grüne stundenkerze gezogen aber beide nicht bedient sogar aus dem trend rausgefallen hier also in dem sinne eigentlich muss man sozusagen eine richtig richtig schwache leistung also das war wirklich eine vorstellung insbesondere nach einem vorherigen neuen hoch ist das absolutes no go eigentlich weil das ist klarer ansatz für trendwende dass es damit ist ohne frage dass jetzt hier ein fehler ausbruch gewesen er hat jetzt hier ein tieferes tief gemacht nach die komplette range der letzten wochen der letzten vier wochen einfach jetzt mit ein zwei tagen nach unten durchlaufen und steht jetzt hier sieht man jetzt hier nicht so schön das sieht man tag ist bestimmt besser ja guck mal es steht jetzt hier halt direkt in so einer das nicht das so luftleerer raum hier halt ne also klar sind 13 800 13 8 60 das sind alte marken die sind gut bekannt aber guckt mal da ist nichts drunter einfach da ist nichts drunter da wird es interessant hier bei 13 700 und da wird es wieder interessant bei 13 600 13 5 80 und so wie das hier aussieht müsste man zum freitag wirklich aufpassen dass er nicht gleich noch so ein tag hinterher liefert jetzt zum verfall sollte der jetzt nämlich einfach weiter abtrudeln dann würde ich sagen kurs auf 13 8 60 13 700 und hier 13 5 85 das werden die nächsten anlaufstellen auf der unterseite um die kann das schon am freitag erreichen also direkt so dass es erstmal worst case scenario das ist negativ szenario wir hatten aber uns die letzten tage auch immer mal die kerze besonders ins gedächtnis gerufen das hat man nämlich schon mal aus einer ähnlichen situation nach der us-wahl 2020 im november nehmen als die impfstoff freigabe kam für dieses coronavirus die impfstoff kerze und das war die hier das war die kerze da kam der dax auch aus einer guten bewegung nach oben hat dann so eine abnormal große überraschende kerze gezogen sogar mit aufwärtskipp was dann eben nicht geschlossen wurde und hat dann ewig zur seite gestochert und dort hat er auch neue hochs geschlagen auch hier neues hoch zack einmal unter die vorherige range ist dann mit dem aufwärtskipp reingekommen und losgetigert und dann ging das hier eine ganze weile vor das hat man immer mal vor augen einfach als vergleich für diese mega monster kerze und deswegen würde ich hier jetzt sagen wenn der dax zum freitag mit gut schmackes rein kommt und er drückt sich nach oben dann lasst den erst mal sich hochdrücken ja das ist ich finde das sieht sehr schwach aus ich kann mir sehr sehr gut weitere tiefs vorstellen aber ich wäre vorsichtig dabei in die steigende bewegung jetzt rein zu shorten weil auch aus der perspektive man sieht wenn der jetzt aufdreht steht der schnurstracks wieder hier oben und dann reden wir über 14 3 65 reden wir über 14 400 ja das heißt gelingt ihm zum beispiel mit diesem tief im nacken wäre 69 hier jetzt wirklich das aufdrehen über den 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 freitag vormittag direkt verfalls bedingt oder es soll uns ja egal sein was was der grund ist ob nachrichten verfall oder was auch immer dahinter liegt es ist uns als charttechniker egal für uns ist wichtig die die bewegungsabfolge die bewegungs zykliken deswegen wir ja letztendlich gestern auch gesagt haben donnerstag regelmäßig und so weiter risiko dass er vielleicht 270 im worst case vielleicht sogar 15 14 50 unten anlaufen kann die hatte er erreicht paar punkte überschossen das ist das auch drauf gepupst quasi ja und deswegen würde schon sagen wenn der anfängt stärke zu zeigen würde ich persönlich erst wieder reinschorten wenn dann das umkippt also wenn zum beispiel dann eine rote stundenkasse sich dahinter zieht einfach hinter das also er kommt hoch drückt sich nach unten dann könnte ich mir vorstellen zu probieren ich würde mich nicht in die steigende bewegung ein stellen nicht vor 14.365 14 1400 weil das wäre jetzt ein adäquates rücklauf ziel auch sinnvoll wäre die 260 270 hier als rücklauf aber er würde ich dann mit 3 65 400 rechnen wenn er krass nach oben durch sie also wenn er wirklich durch zieht ja vielleicht auch kurz hier rein startet neues tief und am donnerstag probiert um die ganzen stop loss nach weg zu räumen und dann auf einmal richtig nach oben ziehen wenn er richtig zug drauf hat nach oben wenn man wirklich sieht da wird gekauft da wird richtig gekauft dann lasst den lasst den ziehen lasst den ziehen er kann bis gut und gerne 14 365 14 400 direkt am freitag wieder zurück sehen wir das aber nicht und der eier so rum wie das jetzt hier am abend war und kleckert sich neue tiefs rein dann sagt er uns weiter runter und dann hier sieht man das ein bisschen schöner mit der 700 die ich euch im tag gezeigt habe dann ist das hier seine nächste anlaufstation 700 bis ich sag mal 5 85 hier haben wir noch das offene gap das ist dann die 5 85 ja die zwei sachen die wir jetzt dann erreicht was 700 und 5 85 würde fast eher auf 5 85 tippen hat ein gap close zu hat er im tag ist schad da die linie angehauen weiß gar nicht ist das was haben wir hier ist keine 200 tage linie oder dafür kommt so ein bisschen ganz schön steil rum was habe ich denn hier drin doch 200 tage linie ist das ja also von einmal auf die 200 tage liegen von oben wieder aufsetzen dann ja das dann gleichzeitig gap close gleichzeitig alte trendlinie finde ich dann stimmig wenn er weiter absinkt ja also wären das so meine ziele für weitere tiefs weitere abfolgen würde ich nicht long drin stehen wollen bei weiteren tiefs nicht long handeln auch das was mir gestern gesagt haben ich glaube das kennt ihr aber ohnehin sobald der markt abweicht oder ich zum beispiel wenn ich selber hier eine grüne geschunden kerze trader habe ich immer den stop loss dann hinter der kerze also dass in der markt weiter fällt mich das letztendlich dann hier keine ahnung 30 40 50 punkte kostet ich aber nicht in die situation kommen dass ich unten bei keine ahnung dann 13.500 dastehen und plötzlich noch einen long von 14.200 offen habe das wäre ja ohne risikomanagement zu treten zu treten und das ist nicht zu der sache aber das kennt ihr das wisst ihr und das macht ihr hoffentlich auch alle richtig auch wenn ich weiß dass ich bei jedem so der fall ist aber sollte ja das zielbild sein ja und von daher also ich würden hier runter bei weiteren tiefs auch unter der neuen kann man so sagen unter 950 würde ich ihn schon eher richtung 13 713 585 sehen dort eben auch die short möglichkeiten suchen sehen wenn ich aber sehe der stabilisierte ganz krass und drückt sich hoch und man sieht dass er kauft über 14.100 kriegt der fahrt nach oben dann halt na und das kann bis 260 gehen aber eben auch bis 365 400 und so kann man es denke ich zu machen und ja bin ich sehr gespannt also der dax sieht ja wirklich scheiße aus aber die amerikaner die sehen noch scheißer aus also da bin ich das wird das wird noch mal interessant hat man 2018 mal falls sich der ein oder andere daran erinnert sind auch die amerikaner so weg gebrochen und dann bis weihnachten runter gefallen dann kam trump damals hat gesagt wunderbarer zeitpunkt zum kaufen dann ging es nur noch gerade nach oben von dem tag an bin ich mal gespannt was das hier wird es ja ohnehin sehr 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 schwache sehr 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 schlechtes jahr meisten von euch dürften tiefrotes aktiendepot haben da kommt man kaum drumherum das kriegt man dieses jahr fast inklusive wird wird es spannend also bin ich wirklich gespannt was das hier die letzten zwei wochen wird normalerweise haben wir statistisch jetzt eher vorteil nach oben weihnachtsrelais und so weiter und so fort aber das sieht noch nicht so aus also wird wird sehr 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 spannend hier noch auf den end sport fakt ist die range ist definitiv vorbei das haben wir gestern auch schon so gesagt also die die range hat er gebrochen dass wir brauchen ja nicht mehr in range legen wir können ruhig in trend bewegung denken wir können uns ein bisschen auf bewegung einstellen auf volatilität auch noch und von daher lassen wir mal laufen ich wünsche euch was gutes gelegen wir hören uns morgen wieder bis dahin tschüss